Halli, Hallöchen, Willkommen bei Hertha Geek, Freunde. Hallo, wir sind da. Was für ein Spiel. Was für ein Sieg. Ach komm, hör auf. Gefühlt letzte Minute. Ja, wir sind, ach nicht hier groß rum. Wir sind fertig mit der Welt. Wir sind fertig mit der Welt, Freunde. Wir haben gewonnen, aber es war wirklich sowas von nervenaufreibend. Ich habe Grauhaar gekriegt, wenn ich sie nicht eh schon hätte. Aber da kam noch letzte zu. Wir hatten zwischendurch keine Stimme mehr. Ich habe immer noch, also wenn ich mal zwischendurch ein bisschen huste, ich bin fix und fertig. Wir sind fix und fertig. Kaputt, kaputt. Wir berichten hier vom Heimspiel, unser Hertha gegen Gelsenkirchen. Von uns jetzt hier die Reaction live in Farbe. Live und in Farbe. Ja, wir sind, wenn wir nicht glücklich genug rüberkommen, liegt es einfach nur daran, dass wir eigentlich am Ende sind. Also jeder, der im Stadion war, dem geht es genauso. Den ganzen 60.000. 60.000. Was für eine Stimmung. Hammer. Bombe. Einfach nur geil. Bis zum Schluss haben wir gefeiert eigentlich. Naja, wir haben geflucht, gezittert, gefeiert. Wir haben alles gemacht heute im Stadion. Wir haben so und was ist da schon wieder los? Alles. Aber fangen wir an. Fangen wir an. Ich mit der Aufstellung wie immer, Freunde. Genau. Bei uns kriegst du ein Tor. Wie soll es auch anders sein? In Schwolow auf der anderen Seite. Okay. Kenny, Rochel, Kempf und Platte in der Abwehr. Wie gewohnt. Nichts Neues. Toussaint, Serdar, Mittelfeld. Und diesmal anders. Sehr offensiv ausgelegt. Unsere Hertha mit Lucke Bakio, Jovetic, Konga und Juckel. Ja, also man hat gleich gesehen am Anfang, all in im Sturm. Er will es wissen. Wir wollen es eigentlich mit Gewalt diesen Heimsieg erarbeiten, erkämpfen. Ja, genau. Und so sah es aber nicht aus. So sah es nicht aus. Wir gehen ins Spiel rein. Es fing mal wieder faserig an. Man merkt eigentlich schon in den ersten Berührungen, wie ungenau, wie leichtfertig der Bein es ausreute und so. Da habe ich schon so einen Funken von entweder Angst oder Lockerheit gesehen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war einfach, das sah so lustlos aus. Ich weiß nicht, was es war. Die waren ja überhaupt nicht da. Normalerweise wissen wir ja, erste Halbzeit geht ja eigentlich immer los. Die sind entweder zu aufgeregt durcheinander, da ist kein Spielzug auch richtig. Aber das war guckig. Es war, ja, es wirkte, da kommt erst mal so der Gedanke, Sonntagsspiel, Leute. Ja, man hat ja damit gerechnet. Ich erinnere mich in der letzten Saison, wo es einfach einen Sieg geben musste. Hoffenheim war angesagt. Und er hat von der ersten Sekunde an gesehen, dass die Mannschaft so, boah, bam, 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 vorne, Pressing und so. Da hat man gemerkt, oh ja, oh ja. Richtige Einschreibung war heute nicht da. Ja, heute nicht so. Heute dachte man eigentlich, ja, Schalke, Gelsenkirchen ist da, wir müssen punkten, wir gehen gleich richtig rein mit diesem Sturm vorne. Aber nein, ja, aber in der fünften Minute hat Luke Bakio den Kanga ganz gut bedient, der aber dann doch scheiterte. Ich glaube, Freund Schwolo hat den auch ganz gut abgewehrt. Da hat man wieder gesagt, oh Mann, Leute, ey, kann doch nicht gleich mal am Anfang einer reingehen. Das war am Anfang, ja, da fing das ja noch ganz gut an, trotz gewisser Lockerheit. Lockerheit, aber wollte auch wieder nicht rein der Ball, ja. Und, ja, aber Schalke immer wieder im Kampf nach vorne mit einer, ich sag mal, gleichen Spieltaktik, ja. Stimmt. Immer den Ball recht hoch auf Terodde, der da im Mittelsturm war. Der köpft, der lässt manchmal den Ball nur abtropfen, löst sich gleich vom Gegner und rennt in die Spitze und dann wird meistens steil geschickt. Das war eigentlich die Handschrift von Schalke während der ganzen ersten Halbzeit, ja. Immer so ein bisschen nach vorne gefällig, abtropfen lassen, der Sturm rennt weiter, das Mittelfeld rückt auf, gibt einen tiefen Pass. Und Schalke hat das irgendwie ganz gut umgesetzt, muss ich sagen. Also, da wurde es auch recht. Na, da wurde es ja auch mal ein bisschen knapper, wo denn das? 1 zu 0. Viel. Für die Knappen. Aber jetzt wieder, pass auf, hier, Phrasenschwein. Nee, Phrasenschwein nicht. Wortspiel knapp im Abseits. No. Knappen, knapp im Abseits. Ganz knapp. Der Bülter hat eigentlich den Ball, na, ich muss mal sagen, eigentlich ganz gut ins lange Eck hoch reingehauen. Ich glaube, der wurde reingeflankt. Aber was man am Stadion schlecht sehen konnte, eigentlich gar nicht, war, dass er, dieser Bülter, Spielsituation davor schon im Abseits war. Ja, gar nicht jetzt die Endsituation, sondern die Spielsituation davor war abseits. Und deswegen hat der Videobeweis ergeben, Köln hat gesagt, never ever. Wir waren natürlich glücklich, weil für uns sah das von oben eigentlich wie ein klares Tor. Ja, ja, genau, da haben wir gar nicht so drauf geachtet. Und dann haben wir schon gedacht, verdammt, what the F? Ja. So, wir haben es schon wieder aus der Hand gegeben, wir hätten doch hier eigentlich locker leicht punkten können. Ja. Und das geht ja schon wieder nach hinten los. Ja, ja, klar, da dachte man, ey, Freunde. Ja, das kann es nicht sein. Es war ja oft so, ihr kennt es alle, ja, man kann es gar nicht mal, gar nicht immer oft genug wiederholen, Aufbau gegen eine Hertha. Ja, und das habe ich mir im Stadion oft vorgesagt, ne, oh Gott, schon wieder Aufbau. Ja. Also, wir unterstützen die ganzen kleinen Vereine. Ja, also das war irgendwie wieder so im Gefühl, ich glaube, dass der Böter trifft ja erneut sogar eine 21. Minute, aber diesmal war ein Foul davor gewesen. Das hat man klar gesehen im Gegensatz, ja, also, aber wir saßen um und sagten, ey, Hertha, ich habe immer gesagt, ey, wacht doch mal auf. Genau, wachen Sie jetzt mal auf. Also, hoffentlich wachen Sie jetzt auf, ne, und denken sich, oh, guck mal, die können ja auch Tore schießen. Ja. Ja, aber nein, es ist erstmal, in erster Halbzeit kann man eigentlich schon fast abschließend sagen, ist nichts weiter geworden. Also, die kann man, die braucht man eigentlich gar nicht. Naja, wir hatten auch Chancen, die aber nicht zu Ende gespielt wurden. Also, Luke Bakio und, ja, probierte immer wieder ein bisschen gefällig, aber er hatte sich auch wieder vertennelt. Es war heute nicht Luke Bakios Tag, muss man sagen. Der glänzte nicht. Aber irgendwie war das Spiel schon kämpferisch auch, man hat es gesehen im Kicker, oder ich glaube, das war auch in der Anzeigentafel zu sehen, dass Schalke ganz klar mit den offensiven Tacklings und eigentlich mit allem geführt hat. Ja, sie waren eigentlich fast öfter im Ballbesitz, Hertha war doch irgendwie ein bisschen hinten dran, ja, was gar nicht wichtig war. Ich meine, auch der gute Juke sollte sich mal ein paar neue Schuhe kaufen, beziehungsweise längere Stollen tragen, der rutscht ja irgendwie regelmäßig, das ist jetzt nicht heute nur gewesen. Das ist eigentlich immer. Ja, und man hat eigentlich auch mitgenommen aus der ersten Halbzeit, dass trotz guter Offensive, Doppeloffensive es too much war. Die Jungs standen sich vorne irgendwie auf dem Weg. Regelrecht im Weg, ne? Auf dem Weg. Und dadurch wurde der Ball vertennelt und wie ich eben schon erwähnt hatte, ja, Schalke schön hoch nach vorne abtropfen lassen, zack in die Spitze. Viel einfacher, viel einfacher. Dadurch auch diese Zwei-Tor-Situation, die zum Glück nicht gezählt wurden, ja. Gott sei Dank. Ja, und man hat es immer probiert, aber da ging eigentlich nichts. Und man war irgendwie ein bisschen traurig und die dachte jetzt endlich Halbzeit, Luft holen, nochmal am Getränk nippeln, ein bisschen in sich gehen und hoffentlich die Spieler in den Katakomben auch und eine Ansage, ja. Ja. Hat man gehofft, ne? Hat man gehofft und ich glaube, das sieht ganz gut aus, oder? Ja, dann mal Pause. Genau. Apropos Ansage, ja. Wir haben jetzt auch mal eine Ansage. Genau. Wir nutzen die Halbzeitpause für eine Ansage. Genau. Denn wir, Team Hertha Geek, boykottiert die WM in Katar, die ja vor der Tür steht. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, ich blende jetzt hier auch mal einen sehr interessanten Hinweis ein, ja. Es gibt nämlich in der ARD, wurde damals, also in der ARD Mediathek für den WDR damals oder im WDR wurde ausgestrahlt, aber ist jetzt in der ARD Mediathek zu sehen, den Vierteiler Katar WM der Schande. Ja, das sind immer so halbe Stunde ein Teil. Man sollte sich das mal angucken. Also, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch das unbedingt an. Wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt euch das an und danach bitte nochmal neu in sich gehen und dann sagen, will ich die WM sehen oder will ich nicht. Genau. Also, wir haben für uns entschieden, wir können ja immer nur für uns reden. Wir entscheiden für uns. Also, nicht für irgendjemand anders, wir haben für uns entschieden, nee. Nee. Überhaupt nicht. Das hat nichts, da ist so viel Verletzung der Menschenrechte, Korruption, Erpressung, dass das Land überhaupt die WM bekommen hat, wisst ihr ja, das war schon im Vorfeld eine Farce, ja. Ja, und allein wie viele Menschen da starben auf den Baustellen, ja. Und, und, und. Keine Gelder gezahlt, in Corona wurden sie eingepfercht, ja. Da auch Leute schwer verletzt rausgegangen, auch gestorben. Es, also, das ist eine Liste, die, die nimmt kein Ende und wenn man dann sieht, dass eben die FIFA, ja, auch mit ihrem Präsidenten, ja, Infantino, der übrigens ja auch in Katar jetzt wohnt, stelle ich einfach mal so einen Raum, muss man jetzt nicht weiter irgendwie noch kommentieren, es ist halt so. Ein Feistchen bekommen? Und, äh, das ist für uns persönlich schon genug, also, wir, wir werden lieber eine nice Serie irgendwo streamen und Bock haben, irgendwie ein bisschen auf Wintergefühl. Ich wollte gerade sagen, einfach auch mal die Adventssonntage genießen, Wochenenden mit der Familie, da müssen wir uns nicht jetzt diese, diese, diese Schand-WM, äh, angucken. Das hat nichts mit Fußball zu tun, Leute, das ist reine, äh, Machtspielchen, der Milliodäre, Milliodäre, was ist das? Milliodäre, neues Wort. Milliolöre. Äh. Milliardäre, das ist, äh, ja, ihr kleines Spielchen, auch mal eine WM zu kaufen und so weiter. Genau. Aber, das... Nur für uns? Für uns, ihr müsst entscheiden, ja, für euch, vielleicht habt ihr euch schon entschieden, aber falls einer sich noch nie entschieden hat, dann bitte einfach mal reinschauen, wir haben es auch gemacht, wir haben das mal richtig. Genau. Und es gibt auch eine gute, äh, Webseite, ja, äh, eine Boykott-Webseite, die jetzt da oben eingeblendet wird, die wir jetzt auch bis zur WM stehen lassen und dann kann man immer noch sehen, aha, da kriege ich Infos. Ja. Gut. Genau. Das dazu, wir gehen jetzt in die zweite Halbzeit. Die zweite Halbzeit. Es wurde gleich gewechselt, für mich auch sehr stimmig, der Richter kam für den Iyuke rein, Iyuke war nicht gut an dem Tag, äh, er war eigentlich auch nicht gut, ein kleiner Schlittschuhläufer, also er ist viel hingefallen, er hat verdribbelt, er war irgendwie auch nicht recht mannschaftsdienlich, es war auch nicht sein Tag, wie bei vielen. Ja. Und, äh, ja, Hertha wollte dann gleich, äh, eigentlich mehr, es war noch recht stolperig und dann kam aber die Sternstunde von unserem geliebten... Lucan. 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 In der 49. Minute, äh, ja, da greifte er sich die Pille und ballerte aus der zweiten Reihe einfach mal Ruff. Einfach mal auf. Ganz einfacher Fußball. Ja. Und Freund Schwolo, in der Manier, wie wir ihn kennen... Guckte dumm aus der Wäsche. Guckte und musste den Ball aus dem Netz und... Nein, es war, er war reaktionsmäßig ein bisschen zu spät auf dem Boden, dadurch ist der Ball noch von seiner Hand weggeflattert und rollte ins Tor. Ja, ist halt so und, äh, es stand 1-0. Typisch Schwolo. Ja. Aber es ist so, wie es ist mit dem Schwolo, wollen wir jetzt mal nicht weiter, nicht umsonst, ist er jetzt nicht bei uns mehr die Nummer 1. Interessiert uns ja im Moment nicht. Genau. Genau. Ja, und, äh, da war eben erst mal der bisschen der, der Drops leicht angelutscht, ich sage angelutscht für Schalke, weil sie haben sich vielleicht versprochen, auch, sie kam ja auch aus der Halbzeit mit ein bisschen Druck, und haben aber dann gleich durch diese geile Aktion von Toussaint gemerkt, ey, scheiße, wir liegen jetzt 1-0 zurück. Ja, das wird jetzt schwerer. Das wird wirklich schwerer. Ja, ähm, es gab immer wieder, äh, Situationen, äh, wo man dachte, ey, der Kanger macht den Ball nicht dingfest heute. Ja, schon wieder nicht. Nicht, wieder nicht und so weiter. Es war immer ein bisschen ärgerlich und deswegen hat man sich natürlich über das Tor von Toussaint mehr gefreut, dann muss halt auch mal das Mittelfeld ein Tor schießen. Genau. Schalke, äh, in persona Gelsenkirchen, äh, wechselte dann 59. Minute den, äh, äh, Latzer für den Kraus, ja, und 59. Minute auch Molay für Drechsler. Ja, also die haben gesehen, ja, ja, es muss was gehen, bla, bla, vielleicht kannten sie es auch, äh, Ergebnis schon, hier, Union, Bochum, sie wussten, wenn wir heute verlieren, sind wir letzter. Ja, und, äh, ging dann schon mit einem guten Wechsel rein, ja, und, äh, man, man muss jetzt sagen, wie kann man die zweite Halbzeit sehen? Hertha kam erst mal nach dem Tor, muss ich sagen, druckvoller, dann gab es paar Situationen, aber wieder mal am 16er Schluss, vertändelt und, Leute, Kenny, Kenny, ey, wenn dieser Angriff zum Beispiel, dieser eine Angriff, ja, der auch, äh, gut über rechts, weißt du noch, woher hat er, aber ich weiß nicht, in welcher Szene war, vielleicht nehmen wir es vorweg, aber, da wir gerade bei Kenny sind, in der Überzahl war, Luke Bakio beiführt und, man, da gibt er den Ball rechts raus zu Kenny, anstatt zu links oder selber abzuschließen. Einfach selber abschließen, er war doch schon auch gut auf dem Weg zum Tor, da muss ich nicht den an Kenny abgeben, wo man ja weiß, er schafft es einfach nicht. Also, das ist halt, mit Kenny, es ist so, ähm, der Junge, man merkt wirklich, äh, der will eigentlich gar nicht auf den Ball, der hat irgendwie Angst, der ist, äh, man merkt es wirklich in der Körperhaltung, er, er, er sucht schnellen Abschluss, obwohl er eigentlich auch mal ein bisschen geruht, äh, überlegen könnte und vielleicht mal mit dem Doppelpass und so, er ist irgendwie hektisch, da kommt nie was Gutes rum. Richtig, aber ich muss sagen, wenn er hinten rausholen soll, die Bälle, in seinem Bereich hinten, da schafft er es ja schon, er rennt dann auch schnell los, aber dann denkt er, oh Gott, jetzt komme ich immer näher zum Tor, immer näher zum Tor, ich muss ihn jetzt wieder abgeben, er kann es nicht fertig bringen. Er ist, also da fehlt es aus meiner Sicht an Technik, äh, um einfach da vorne dann auch den gewissen Abschluss, äh, zu generieren. Richtig, hinten holt er schon gute Bälle raus, also er ist jetzt nicht so ein ganzer Loser, also er tut mir immer so ein bisschen leid, ich finde hinten tut er schon ein bisschen was Gutes, aber es geht halt nicht nach vorne hin. Nein, es ist, man müsste auch mal, ich weiß es nicht, es ist schon mal schwierig, aber es ist keine Situation, die jetzt einmalig ist, es ist über die ganzen Spiele zu sehen, vielleicht mal bei Hertha nachdenken, ob nicht irgendein Feldspieler auch mal, also auf rechts mal ausprobiert werden soll. Ob es der Gächter ist, oder ich weiß es nicht, oder vielleicht mal ein defensiv Mittelfeldspieler mal auf dem rechten Verteidiger mal probieren, wir brauchen da einfach mehr positives, äh, äh, Offensivspiel, ja, weil, wie gesagt, mit Luke Bakio, da könnte mehr gehen, das ist ein super Techniker, wenn da einer wäre, der den Ball auch Ding festmacht, technisch und so, wir wiederholen uns wieder, immer wieder, aber da muss was passieren, das hat man heute leider auch wieder gesehen, ja. Naja, okay, dann war fast das 2-0 in der 70. Luke Bakio mit einer Butt, da war ich in Flanke, rüber zu Richter und er nimmt den, äh, da am zweiten Pfosten und leider dremmelt er den da so rüber, nicht rein, das war eigentlich ganz gute Situation, hat dann gefehlt. Ja, 73. Gab's eine Wechselung, äh, Sunjic, Serda, was für mich Sinn macht. Macht es Sinn, endlich kam Sunjic rein, ne, wir haben schon gedacht, ja, wir brauchen was da mittendrin, was aufräumt. Ja, ja, ja. Und, äh, Schalke wechselte auch, äh, Kammermann für Aldi, naja, okay, ist jetzt nicht so, äh, so, weiß ich nicht, ich kann natürlich viel sagen, die Schalker Spieler, Gelsenkirchen, so. Und, äh, dann, ja, dann gab es viel so Scharmützel, es wurde ein bisschen Unruhe, ja, äh, ich bin auf Toilette gegangen. Kanga kriegte erstmal die Gelbe in der 75. Jahr und, äh, Nicole, äh, ich war nicht da. Ja, ja, sie war nicht da, es war, es war wieder die Situation, normalerweise kann es auch positiv ausfallen, wenn einer von uns mal, und dann, äh, passiert meistens ein Tor. So, aber in diesem Fall war es, äh, andere Richtung, ja, äh, ja, ich hab's leider nicht gesehen. Aber ich muss auch sagen, es war wieder dieser Schlendrian, ja, Rochelle hatte vorher auch Gelb gekriegt, Kanga hatte Gelb gekriegt, es war wieder so viel, äh, weiß ich nicht, zu viel Unruhe. Aber man hatte wahrscheinlich irgendwie Angst, das muss jetzt über das Spiel, äh, das 1-0 rübergebracht werden, ja. Dann kam jetzt Polter für Böldner, ja, und dann war's, ich meinte, ich hatte schon hier in meinem Umfeld alle fickrig gemacht und meinte so, äh, 1-1, das kann das wieder so, ja. Ja, das hat er, mach zu wenig, das ist zu, ja, das ist zu defensiv, das ist zu scheiße, ja, und das kam dann leider auch so, wo Nicole mal weg musste, ja. Ja, von, ähm, Moulet, der hat da wieder so den Ball gekriegt und dann wieder so schön, so, hä, doller Sturz, das zweite Reihe von irgendeinem Geplänkel von außen und dann, blä, 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 und dann rollt der da wieder und alle gucken zu und Böhm ist dann drin. Mein lieber Gott, ja. So wie alle unsere Ausgleichtore, sozusagen, ja, sagst du, na gut. Und man dachte so, meine Emotionen waren auf dem Tiefpunkt, ich war eh heiser, ich hatte, in dem Moment hatte ich wieder gesagt, ja, 1-1. Vor allem, ich kam so zurück zum Platz, äh, und ich gucke, ich so, was ist denn jetzt passiert? Was, was war denn das? Ja. Da dachte ich wieder, oh, Mist, wieder nur 1-1. Ja, wieder unentschieden. Aber kaum habe ich mich hingesetzt. Tja, dann war es soweit, in der 88-Minute. Da kam die Minute der Minuten. Und Leute, es gibt immer wieder Happy Ends und auch im Fußball gibt es Happy Ends. nicht nur, dass wir in der 88-Minute das Siegestor geschossen haben, sondern Kanga hat es geschossen. Ja, wer hat es geschossen? Er hat es geschafft, oder? Der gescholtene Kanga, der immer wieder... Willi, Willi. Willi, der wirklich auf dem Spiel jetzt nicht so der Burner war. Nee, gar nicht, ne. Aber, naja, aber er hat es hingekriegt. Wir waren glücklich. Das war einfach nur geil. Das Stadion war glücklich. Wie er zur Ostkurve gerannt ist, ne? Er hat sich bedankt für alles und... Er ließ sich feiern, wie Weihnachten und Geburtstag, wie alles in einem. Er war der Held im Erdbeerfeld, aber es war auch richtig so. Es war richtig so. Er hat sich gut durchgetankt. Es war an der Zeit. Er hat den Ball kurz vor einem 16er gekriegt. Ist dann einfach mit dem Ball aufs Tor zu. Hinter ihm noch zwei Verteidiger. Aber er hat sich... Ich dachte, er spielt vielleicht nochmal ab. Nein. Er hat sich durchgesetzt und aufs Tor zu. Dann noch Schwolo vor ihm. Zack, vorbeigeschoben. Hart. Und drin war er. Was drin war, Gott sei Dank. Endlich mal nicht rüber, sondern rein. Genau. Und alles war gut. Man hatte gute Laune. Stadion stand. Wir feierten ab der... Oh, das war so geil. Wir haben nur noch geklatscht, geschrien. Oh, meine Stimme war ganz weg. Das war der Wahnsinn. Ich hatte schon so ein paar... Ich hatte im Nacken mehrere Sachen bekommen. Ach, wir haben ja auch eine Bierdusche so ein bisschen gehabt. War alles dabei. War alles dabei. So muss es sein. Ja, geil. Bötius kam noch für Jovetic. An der Stelle freue ich mich, dass Bötius zurück ist. Wir kommen zurück. Super, wir kommen. Sehr feine Geschichte nach seiner blöden Erkrankung. Genau. Und Dardai kam auch noch für Lucke Bacchius. Habe ich gar nicht so groß mitgekriegt. Das war... Hakelt es ja auch noch ein paar gelbe Karten. Ja. Und so viel Zeit lesen. Dodi hat eine gekriegt. Ja, Richter hat eine gekriegt. Alle für Spielverzögerung. Spielver... Hier Bötius hat eine gelbe gekriegt. Selke kam auch noch. Weil sie alles so selbst so... Oh, komm, wir kriegen auch noch gelbe. Ja, hier hast du geschenkt hier. Dem ist zum Schiris noch die gelbe runtergefallen. Echt? Ja, bei einer Sache. Einmal zu viel verteilt, würde ich sagen. So Leute, das war dann auch Schluss. Der Drops war dann wirklich gelutscht. Der Heimsieg... Der Heimsieg, das war so geil. Der Heimsieg war endlich eingefahren. Es war auch super wichtig. Ja. Es war super wichtig. Das ist so ein Sieg, der eigentlich nicht nice ist. Weil im Vorfeld hat jeder gesagt, naja... Nee, es war auch eines der schlechtesten Spiele, die wir hatten in der Saison. Ja. Ganz ehrlich. Aber man muss so ein Ding auch gewinnen. Weil jeder... Guck mal, Schalke letzter, äh, Vorletzer, jetzt letzter. Ja, jeder dachte, naja, müssen wir, Heimsieg müssen wir. Und dann ist die Mannschaft unter so einem Druck, muss man auch mal sehen, ja. Und man hat es denen angemerkt. Heute ist das ganze Spiel über. Hertha kann mehr, hat die letzten Spiele mehr gebracht. Aber ich sage immer lieber auch ein Dreck gegen Sieg, der unverdient ist. Hauptsache Sieg. Und nachher sagt eh keiner, wie drei Punkte zusammengekommen sind. Genau. Also deswegen, Freunde... Ha-Ho-He. Ha-Ho-He, super. Geil. Und wir hauen jetzt mal shit'n Hit raus. Unsere Hit'n Shit. Ganz klar... Hit. Hit war, äh, Toussaint. Ja. Nicht nur aufgrund dessen, dass er ein schönes Tor geschossen hat, sondern der Junge ackert und schont sich überhaupt nicht. Er hat im Mittelfeld aufgeräumt. Mann, ey, ich denke... Zwischendurch hast du zu mir gesagt, du, ich glaube, das ist der Einzige da unten ackert. Ja, das war nur erste Erzeiten. Also, ja. Das war wirklich der... Der schont sich da, dass die Gelenke, die Knie, der da rutscht und macht. Der Junge gibt immer alles. Ja. Und belohnt sich noch mit dem Tor. Also ganz klar. Mega Hit. Das war heute die richtige Belohnung auch für ihn, ne? Mega Hit. Ja, super geil. Und... Shit... Shit war für uns... Zu offensiv... Die zu offensiv, die starke, also zu offensive, erste Halbzeit auf jeden Fall. Die haben sich da vorne selbst neutralisiert. Das war der Shit an dem Tag. Hatte man vielleicht nicht so auf dem Schirm, weil es hat im letzten Spiel gegen Leipzig in der 2.5-Tag ganz gut geklappt. Der war ja auch Doppelsturmspitze. Aber diesem Spiel war es der Shit. Ja. Wollte nicht, sollte nicht, war nicht, ja? Also, äh... Feierabend. Feierabend. Das war nicht so der Knaller. Gut. Gut, dann haben wir nur noch nächstes Spiel. Nächstes Spiel gegen die... Werter. Gegen die Fische aus Bremen. Am Freitag... 28. Das Abendspiel war, glaube ich. 20.30. 20.30 haben wir. Ja, und... Schön war auf der Couch. Da können wir jetzt ein bisschen Puffer... Man darf ja jetzt nicht übertreiben. Nee. Aber mit einem guten Gefühl nach Bremen fahren. Wahrscheinlich spielt es sich da einfacher als heute. Ja, gegen Schalke. Weil da nicht der Druck so massiv ist. Richtig. Gut, Leute. Nö, das war's von unserer Seite, was? Das war's von uns. Freut euch noch weiter. Ja, genießt noch. Geht noch ein bisschen feiern oder feiert die Woche, weil es war wirklich ein Arbeitssieg. Und wir sind stolz auf unsere Hertha und so kann es jetzt weitergehen. Genau. In diesem Sinne war... Bleibt gesund, Leute. Bleibt sportlich. Bis denn. Tschüss. Tschau. 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 Bis zum nächsten Mal.